Krügerohl und Wendy Sendery Fox Home Entertainment präsentieren Ganz großes Kino Hallo, schöne Frau, darf ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen? Nur zu, Süßer, ich langweil mich eh grad zu Tode hier. Das heißt, ich darf? Ja, ja, nur zu, spuck schon aus dein Geheimnis. Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Allüberall auf den Dannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen und droben auf dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor und wie ich so stolz durch den Finsteren dann, da rief sie mich mit heller Stimme an. Ja, ja, das kenne ich, ich höre auch ständig Stimmen. Ja, da kann ich dir einen sehr guten Therapeuten empfehlen. Ach wirklich, das wäre ja toll. Äh, seine Nummer ist, Moment mal, 347539748, glaube ich. Zähne. Bist du denn überhaupt privat versichert?